Yo Leute, was geht ab, College am Start. Heute ist es nämlich soweit, heute startet der erste Contest auf producergang.de und ich wollte euch heute mal alles sagen, was ihr wissen müsst zum Contest, wie ihr teilnehmen könnt, was ihr gewinnen könnt, wie lange der Contest geht und wann der Sieger bekannt gegeben wird. Also, let's go! Bevor ich aber anfange, Leute, ganz wichtig, ihr müsst wissen, dass sich bei der Vergabe dieser ganzen Plätze, dass es sich um meine persönliche Meinung handelt. Das heißt, ich versuche natürlich so objektiv wie möglich das Ganze zu betrachten, aber es ist halt am Ende des Tages einfach, es ist Musik. Das heißt also, ich könnte an einem Tag, könnte ich vielleicht den Beat picken und dann am nächsten Tag einen komplett anderen, weil ich einfach eine andere Laune habe. Und ihr wisst ja, wie es ist bei Mucke machen. Deswegen, falls da jemand dann irgendwie beleidigt ist, weil er nicht gewonnen hat und so weiter, sollte er bedenken, dass es wirklich meine persönliche Meinung ist, Geschmäcker sind verschieden und ich halte nicht viel von Beats bewerten und denen dann irgendwie so dazu sagen, dass der oder der besser ist, sondern es ist wirklich halt meine Meinung. Und ja, so machen wir das eben und seid dann eben nicht enttäuscht, wenn ihr nicht gewinnt. Es gibt halt drei Plätze und ihr wisst ja, wie viele Subscriber mittlerweile zuschauen. Und deswegen, es könnte wie gesagt sein, dass ich an einem Tag den Beat picke, dann an einem anderen den Beat picke. So, es ist halt Geschmackssache deswegen. Also hier sind wir auf der Producer-gegen-D-Seite und das Erste, was euch auffallen sollte, ist hier der neue Banner. Und wenn ihr hier unten auf Mehr erfahren draufklickt, dann bekommt ihr die ganzen Infos. Und hier gibt es vier Sachen, die ihr wissen müsst. Zuerst mal, was kann ich gewinnen? Also, hier habt ihr die ganzen Preise. Es wird drei Sieger geben. Und ja, fangen wir mal direkt an beim dritten Platz. Der dritte Platz wird zuerst einen Shoutout auf YouTube und auf Instagram bekommen. Auf meiner YouTube-Page und auf der Instagram-Page vom Producer-Gang und von mir. Also ihr wisst ja, heutzutage kommen immer mehr Produzenten und es ist immer schwieriger, sich da durchzusetzen und sich so von der Masse ein bisschen abzuheben. Deswegen dachte ich, ein Shoutout auf jeden Fall so wird euch auf jeden Fall helfen, die Aufmerksamkeit so auf euch zu lenken. So, dann das nächste. Dritter Platz bekommt alle Kits von collegebeats.com. Also alles, was ich released habe, bekommt ihr direkt. Dann wird dieser dritte Platz auch auf producergang.de platziert. Das heißt, es wird einen Bereich geben auf producergang.de, wo die Contest-Gewinner platziert werden. Und dort könnt ihr dann eure, zum Beispiel, wenn ihr einen YouTube-Channel habt, Instagram und so weiter, könnt ihr das Ganze platzieren und euer Beat wird dann auch da platziert, also der Gewinner-Beat. Dann wird der dritte Platz noch ein exklusives 10K-Bonus-Kit bekommen. Dieses Kit wird es nur für diesen Contest geben, also für die Gewinner. Also ihr werdet die einzigen drei sein, die dieses Kit bekommen werden. Das Kit wird aus Samples und Drunks bestehen und ja, ist auf jeden Fall Heat dabei. Dann der zweite Platz. Der wird alles bekommen wie der dritte Platz. Und obendrauf haben wir uns noch gedacht, wird er ein 30-minütiges, persönliches Gespräch mit mir bekommen. Per Videochat oder Voice-Chat, je nachdem wie ihr wollt. Und in diesem Gespräch könnt ihr mir alle Fragen stellen. Egal was, Musikproduktion, privates Leben, Marketing, alles was ihr wissen wollt, könnt ihr mir da in dieser Session stellen. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Und dann fragt ihr euch bestimmt, was ist mit dem ersten Platz? Was haben wir uns da überlegt? Wir haben uns überlegt, der erste Platz bekommt alles, was der zweite und dritte Platz bekommt. Und dann noch obendrauf eine Kollaboration mit mir an einem Beat. Also wir werden komplett von Anfang bis Ende ein Beat zusammen produzieren und werden den dann versuchen zu platzieren, zu verkaufen. Der Beat wird dann eben noch auf meinem YouTube-Channel, Instagram und auf meiner Website released. Also ihr bekommt da wirklich viel Aufmerksamkeit und könnt eben diesen Bus nutzen, um eben was aufzubauen. Und ja, das sind auf jeden Fall Preise, die den Produzenten helfen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Aufmerksamkeit ist halt heute extrem schwer, weil es immer mehr Produzenten gibt. Und es ist eben schwerer, immer schwerer, sich von der Masse abzuheben. Deswegen sind eben die Preise hauptsächlich auf Aufmerksamkeit bekommen, fokussiert. Und ja, das waren die Preise. Und wie ihr da teilnehmen könnt, ist auch ganz easy. Zwei Schritte nämlich nur. Erster Schritt ist, ihr produziert einfach einen Beat mit dem 10K Sample Kit. Dabei könnt ihr entweder die Producer Gang Edition mit den Drums benutzen oder die normale Version. Also ihr könnt entweder Drums benutzen, könnt nur Samples benutzen oder beides, wie ihr wollt. Dann obendrauf könnt ihr noch zusätzliche Sounds benutzen, die jetzt nicht im 10K Sample Kit sind. Also es ist nicht so, dass ihr einen ganzen Beat mit diesen Sounds machen könnt, sondern es ist halt ergänzend. Das heißt also, wenn ihr ein Sample habt und diese Sample dann zusammenkattet. Und dann könnt ihr auch noch zusätzliche Sounds ergänzend nutzen. Also ergänzend heißt, dass es eben hauptsächlich mit dem 10K Sample Kit sein soll. Aber ihr könnt die auch ergänzend nutzen, wie zum Beispiel, wenn ihr eine Melodie habt. Ihr nehmt das Sample aus dem 10K Sample Kit und habt dann vielleicht in der Hook eine andere Idee und wollt irgendwas einspielen. So, das ist auch erlaubt. Oder sagen wir mal, irgendwelche Drums noch hinzufügen zu dem 10K Sample Kit. Also das ist auch erlaubt. Und ja, nachdem ihr das habt, ganz einfach, schickt ihr den fertigen Beat mit dem Screenshot des Kaufbelegs. Also ihr könnt einfach, wenn ihr zum Beispiel aus producergang.de das Kit gekauft habt, könnt ihr einfach einen Screenshot machen mit dem Handy und könnt einfach das Ganze hochladen mit dem Beat. Das Ganze schickt ihr dann an talent.producergang.de. Und ganz wichtig, keine Downloads. Wir nehmen keine Downloads an. Also nur Links zu YouTube, Dropbox, Soundcloud, OneDrive und so weiter. Also nur solche Links, wo man dann wirklich das Ganze streamen kann. Also keine Downloads. Und ja Leute, der Contest geht bis zum 20.05. Also bis dahin könnt ihr eure Beats einsenden an talent.producergang.de. Und der Sieger wird dann zwei bis drei Wochen nach Einsendeschluss auf meinem YouTube-Channel, auf meinem Instagram-Channel und auf dem Instagram-Channel von producergang.de bekannt gegeben. Und wieso wir hier etwa zwei bis drei Wochen gemacht haben, ist einfach, weil wir nicht wissen, wie viele Teilnehmer wir bekommen werden. Und deswegen kann es dann natürlich länger dauern. Und ja, einfach deswegen. Und ja Leute, das wären dann so die ganzen Infos. Ganz simpel. Ihr macht einen Beat mit dem 10K Sample Kit. Zusätzliche Sounds sind auch erlaubt. Schickt das Ganze an talent.producergang.de. Mit dem Screenshot des Kaufbelegs. Und dran denken, keine Downloads. Und ja, ich freue mich extrem auf die ganzen Einsendungen, Mann. Ich bin wirklich gespannt, was da alles kommt. Ja, wir haben halt auch viel vor mit producergang.de. Wir sind da auf der Suche nach neuen Talenten. Und ja, da kommen noch extrem geile Sachen auf euch zu. Und dazu aber dann in anderen Videos. Also Leute, das waren alle Infos zum Contest. Viel Spaß beim Produzieren. Schickt den Heat durch. Und ja, dann sehen wir uns dann sehr bald. Peace. 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 Peace.